Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, langerdehnten Ausgabe von Texas. Wir sind wieder da! Ja! Back to the roots! Yes! Nach langen Überlegungen, nach vielen Jahren, müssen wir mal wieder unter unserem Label was rausbringen. Was runterbringen? Wir bleiben bei dir. Wir besagen. Ja, für irgendwas muss man das Ganze ja machen, ne? Ruhm und Ehre in allen Ehren, aber heute, ich habe einen Carlsberg Elephant stolze 7,5% aus dem wir vorhin haben. Du bist schon eine harte Socke auch. Und du bleibst bei 4,6 mit Corona. Ja, schön ist ja, du hast dir das ausgesucht, ich mir das, du musst fahren, deswegen muss ich jetzt das trinken. Prost! Als wenn Mama zuhört. Prost! Insgesamt, was wir ein bisschen vorhaben ist, wir wollen kürzer werden, wir wollen präziser werden und wir wollen euch in ungefähr 5 Minuten neue Gadgets vorstellen, neue Software, neue Apps. Genau. Wir gehen einfach mal davon aus, dass dieses Video eh nur die Leute sehen, die uns vor einem guten Jahren abonniert haben. An euch. Prost! Und euch werden wir hier. Treue Fanbase. Alle 15 Stück. Und ja, wir wollen einfach wieder da hin, wo wir angefangen haben, vor zwei Jahren. Das kam glaube ich ganz gut an. Wir wollen weiterhin Bier trinken in unseren Videos, auch wenn das nicht allen gefällt. Und wir wollen einfach über neue Gadgets erzählen und das unter unserem Label ganz genau veröffentlichen. Wir haben auch ein paar Videos in der Pipeline. Wir haben zum Beispiel die GoPro HD Hero 2 über die wir berichten wollten. Ja und ich habe auch was Neues, ich habe die Canon EOS 5D Mark III. Da steht sie. Die filmt uns gerade. Genau, die filmt uns gerade. Geiles Teil. Dickes Ding. Und was haben wir noch? Ich habe noch den Xone K2. Das wird nur den DJs oder Musikinteressierten unter euch was sagen. Hast du wieder für den coolen Snowboard Outfit? Geiles Teil. Ich bin schon gespannt, kommt morgen an. Ja und sonst, uns ist natürlich wichtig viel Feedback zu kriegen. Sagt uns was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Was ihr gerne angesprochen haben möchtet, schickt uns fleißig Bier zu. Und zumindest Vorschläge an Bier. Was wir mal testen sollten. Vorschläge gerne über die YouTube Kommentarfunktion über unsere Seite texas.de oder per E-Mail an mail.texas.de Ich wiederhole nochmal, wir wollen dahin zurück, wo wir angefangen haben. Wenn wir da am meisten Spaß mit hatten. Und kurz und präzise prägnant. Auf den Punkt. Nicht so viel umgequatscht. Deswegen ist das Video jetzt eigentlich auch vorbei. Alles klar. Bis dann. Prost. Ciao.